So meine Freunde, herzlich willkommen. Willkommen beim Eichenkönig, heute für euch in der Sächsischen Schweiz unterwegs, gestartet von Schmilka unten und wandern wir heute ein bisschen durch die Sächsische Schweiz und zeige euch hier und da ein paar schöne Impressionen. Heute will ich mal probieren, nicht so viel zu reden bzw. gar nicht mehr zu reden. Das heißt, ich lasse nur die Natur für sich sprechen mit den dazugehörigen Geräuschen. Ich hoffe, euch wird es trotzdem ein wenig gefallen und lade euch nun ein, mir zu folgen. Ich melde mich dann zum Ende nochmal. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020